hallo willkommen bei hertha geek freunde heute habe ich mir zwei richtig geile kicker aus dem team rausgezogen ja fabian rese und michael kuss songs über die werde ich berichten es gibt neues ja und da dachte ich mir das musste hier gleich mal weiterleiten vorab jack ernst steht im kasten gegen heidenheim ja es war ja noch so ein bisschen die überlegung auch von mir gewesen wird es wieder gersbeck sein um ihnen auch eine chance zu geben in einem pflichtspiel stehen zu dürfen aber nein es wurde sich dagegen entschieden so habe ich jetzt aus der presse entnommen man setzt auf den sicheren torwart und das ist nun mal ernst also mal ja auch der gersbeck vor kurzem noch angeschlagen war also der ist auch nicht topfit ja wisst ihr bescheid ja masa ja spielt auch nicht aber das hatte ich letztes mal schon video gesagt sollte man nicht riskieren wenn es eng wird vielleicht kommt er noch kurz rein aber man sollte ihnen schon für das spiel gegen fc am wochenende ich fange mal an mit dem guten michael kuss songs ja seit wochen ist der junge ja in top form und der eine oder andere fragt sich wow wie hält er sich denn richtig fit ja das ist nicht nur das normale sondern da steckt ein bisschen mehr hinter ja er ist ja momentan auch mit vier toren und für vorlagen unser bester scorer und jetzt erfährt man dass cuisson sich mit einem eigenen mental coach richtig stark macht und ungewöhnliche tricks dafür auch nimmt ja und ja ich hatte schon bei seinem antritt ja wo er bei hertha startete einen guten bericht gelesen und da hat er schon drüber gesprochen deswegen ist es für mich nicht so ganz neu aber jetzt wurde viel in den medien darüber geschrieben ich dachte nee jetzt musst du auch mal da ein bisschen bisschen genauer werden ja deswegen mache ich das heute ja denn seit über einem jahr arbeitet cuisson mit einem mental trainer ja benjamin berg und diese tricks die ja mit ihm da ein studiert machen ihm auf dem platz einfach selbstbewusster und früher war ja immer so nach ballverlust sehr negativ ja ließ den kopf hängen und jetzt hat er da einfach mehr power mehr kraft ja und er hat zudem auch mit dem trainer so eine meditation entwickelt die ihm hilft sich vor spielen zu fokussieren das ist das allerwichtigste bei spielern dass die 100 prozent da sind wenn angepfiffen wird er ist mit ihm ständig im digitalen austausch aber macht halt auch persönlich regelmäßig sitzung ja da kommen so eine sachen natürlich wie man das irgendwie aus irgendwelchen hat habe ich gegen filmen kennt oder irgendwelchen komödien aber ja also räucherstäbchen klangschalen ja und eben auch eine stachelmatte für die gute durchblutung ja da steht der cuisson wirklich auf so einer stachelmatte und zieht dann die sitzung durch ja und ja zusätzlich kommt dann noch so eine übung dazu reaktionsschnelligkeit wird da trainiert reflex konzentration ganz wichtig peripher sehen wird alles trainiert ja alles trainiert diese trainingsinhalte stammen wie man sich schon denken kann aus asien ja übung mit dem samuraischwert dachte ich auch was das für die gute koordination ja die man damit trainiert auch das selbstbewusstsein und ja es sind halt auch so eine alt gedienten schaulin techniken wie tai chi chi gong und kung fu und natürlich auch yoga dabei ja das ist also das rundum paket ja das hilft halt sich richtig krass zu fokussieren ja er setzt bewusst der gute cuisson auf außergewöhnliche methoden ja er meint wenn man ziele hat ist das wichtig ich will großes erreichen ja also er geht all in und anscheinend reicht der normale härter psychologe nicht mehr bei einigen spielern ja es ist es ist es ist es ist ja auch viel auf den schultern ja da lastet ja auch viel auch gerade bei cuissons ja er wurde auch geholt um ja hier bayern vergangenheit und so brustermönchengladbach groß geworden und naja das ist druck auf so einen jungen mann ich glaube man kriegt das gar nicht mehr allein hin und ich finde es gut dass das jetzt auch publik wurde dass es in der presse ist diesen weg zu gehen ja vielleicht sind ja manche auch so ein bisschen am boden zerstört junge fußballer und sagen sich ich kriege das nicht gebacken der druck wird ja immer größer heutzutage der druck wird da immer größer und nein gefällt mir sehr gut macht sinn ja und ich hoffe er bleibt dabei und ja schießt noch eine menge tore und bereitet viel vor er ist ja wirklich gerade auch unser unterschiedsspieler mit masa und dann wahrscheinlich auch rese wenn er zurückkommt tolle geschichte finde ich gut wo ich eben kurz schon rese genannt hatte warte mal ich muss mal ein bisschen was trinken freunde kommt jetzt im hintergrund so pausen musik ich wollte mir vor was eingießen habe ich total verpasst ist hier extrem trocken im rum alter mann okay reese ja okay wir haben ja alle so die hoffnung gehabt ja also sehnsüchtig erwarten wir die rückkehr von fabian reese ja und der ein oder andere dachte ja schon so naja vielleicht sieht man ihn gegen heidenheim im pokal wo ich schon so ein witz ja also das ist wirklich das ist ja zauberkunst das macht ja gar keinen sinn und naja und dann habe ich auch so ein bisschen damit gemunkelt whatever dass er vielleicht gegen köln schon ein bisschen kommen könnte ja aber nee das wird auch nicht sein ja und dann zumindest vielleicht gegen darmstadt nö nee auch noch nicht so wird geschrieben und der verein sagt come back erst in vier wochen punkt ja come back erst in vier wochen denn hertha will nichts überstürzen und bremst somit reese aus kein risiko eingehen ja es ist ja auch kein richtiger grund man muss ja sagen wir haben die letzten beiden spiele gewonnen ja davor unentschieden wir stehen ja jetzt nicht irgendwie im Abstiegskampf oder so ja wo jeder punkt zählt also muss man ja auch mal ganz ganz fair sagen ja und ja und jetzt ist ja auch die Länderspielpause nicht mehr weit und da soll reese in dieser Länderspielpause anfangen mit dem Team zu trainieren und wenn dann alles schick ist wenn er fit bleibt gegen Ulm am 23. November sein Comeback im Olli feiern ja ja also ich hätte ihn ja schon so gern gegen den FC gesehen aber das ist wirklich viel zu früh und wenn man auch erfahren hat was mir am Anfang ja auch erstmal nicht herangetragen wurde ja ich muss das ja auch aus den Medien ziehen dass er noch mit so einem leichten Ball trainiert und noch gar nicht mit der Mannschaft und so also das ist ja schon noch weit weg ja erst wenn er wirklich auf dem Punkt mit der Truppe trainiert und das wird in der Länderspielpause sein so wird es gesagt dann ist der 23. November gegen Ulm zu Hause sehr sehr realistisch Freunde also das ja fokussieren wir mal die Spiele davor lassen wir mal beiseite bringt nicht viel daran zu denken und sich heiß zu machen denn man darf ja nicht vergessen es bleiben ja noch immer 21 Spiele wenn er dann wiederkommen sollte um Hertha zu helfen im Mai dann wieder ja aufzusteigen wenn man so will ja okay wisst ihr Bescheid musste noch hier rausgehauen werden für euch stabil bleiben gesund bleiben und wir sehen uns im nächsten Video wieder bis denne tschau